Irgendwo dahinten, hinter den Bäumen, ja, da haben wir sie. Die hintersten Tonis, respektive die Nummer 1 bis 4 bei 530 Metern, machen sich bereit auf ihre Position. Und das war ein Start. Jawohl, das war der Start mit Josephine an der Spitze. Das ist Josephine, das ist die ganz Kleine mit Lorena Knecht, sie werden versuchen jetzt diese Lücke hier so lange wie möglich zu verteidigen, aber da kommt die Konkurrenz und da kommt auch bereits hinten Checkout District. Kurz zu erkennen, in gelben Farben. Checkout District bereits auf dem Vormarsch, dann die drei Amorina, Mahalia, Blue und Cheyenne, immer noch im hinteren Teil des Feldes. Vorne ist es immer noch Josephine, jetzt an der Innenseite, jetzt wird sie aussen angegriffen und fällt etwas zurück. Es kommen Love Design Valentina und auch Hunters Bay ist noch dabei, vom Aussen aber ist es Checkout District. Checkout District. Checkout District. Dahinter kommt dann auch so Check Dark Mykonos. Ist gut im Bild und im Einlauf ist es nach wie vor in gewohnter Manier. Buchbürst Checkout District mit a la Leuthard. Innen jetzt aber kommt der Angriff. Da kommen jetzt die Angriffe auf der Innenseite. Gut positioniert. Immer noch Dark Mykonos, der an vierter Stelle geht. Vorne ist es. So ein bisschen nach aussen geht jetzt. Buchbürst Checkout District. Buchbürst Checkout District. Mahalia. Oder Cheyenne. Buchbürst Checkout District. Dann kommt Mahalia. Wie erwartet die beiden machen den Sieg aus hier. Es ist ganz klar. Einmal mehr. Checkout District. Zum sechsten in Folge. Dann kommt Mahalia. Und dann folgt. Gut gemacht. Am dritten Stelle. Ist qualifiziert. Scheisse. Ist qualifiziert. Ja. Eieieieiei. Und dann kommen die beiden. Josephine hier mit der Nummer 5. Ja. Ist gut. Auf die Pfeifel. Auf die Nummer 5. Auf die Nummer 5.